jetzt davon jetzt wird es aufgezeichnet machen wir noch ein paar schöne geräusche und dann geht es aber auch wirklich los hier ja also ich bin soweit wir können anfangen super also was war die zeit dafür laufe ich jetzt die waren 34 34 so dann noch mal nach musik muss ich hier wieder raus dem wirklich aufgewärmt fühle ich mich nicht das kommt gleich laut genug ja ja gut ihr lieben dann starten wir mit dem kniebeugen franzi wird kalt 10 sekunden ich mache die uhr schon mal die musik schon mal an und Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt noch mal eben zu den ich mache die schon ich bewege mich ich halte nicht nur statisch sonderlich machen ja genau ja ja das ist die folgen 40 also ich habe jetzt 14 ja auch aber mit pause zwischendurch habe ich die gemacht ok wechsel zweite runde witzig 8 10 10 Das war's. Oh, ich mach's da. Oh, ich mach's da. Oh, ich mach's da. Du hast es gelangt sein. Ich habe es noch gesehen. Ich habe es noch gesehen. Ich gehe nicht zu verspringen. Ich spüre mal. So. Ja, da waren wir. Ach so. Und los? Ach, ich habe hier immer Baumfeld. Ich tippe mal ganz langsam um. 25. Nein, das sieht noch gut aus. Ja, ich komme nicht mehr unten ans Kissen. Das ist einfach nur noch Schein. Mal Scheinhalst ein. Okay. 45. Die erste Runde ist jetzt nicht die beste. Ich habe sie vor 10 Sekunden freigestanden. Wenig, aber vor allem, da bin ich froh. Genau. Ja. Man mag es mehr. Ja. 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 super, Iris, klasse, genau, da stehst du, da bleibst du, versuch die Ellbogen noch mehr durchzudrücken, Hüfte bleibt oben, genau so, 15 hast du schon, komm, versuch die 30 zu machen und dann reicht es, 10 Sekunden, jawohl, Franzi, und Iris kann runter, wenn du möchtest, super, sehr gut, ich bin echt begeistert, 35 Sekunden, Iris ist die neue Maschine, habe ich den Eindruck, ja, ja, da geht es vorwärts, obwohl sie die Woche nur einmal war, sie war nur einmal da, glaube ich, die Woche, die Woche ist ja noch nicht rum, die Woche ist ja noch nicht zu Ende, aber wir haben ja noch zwei Einheiten, ohne unentschuldigt gefehlt, Iris, Du hast den Gesamt, ja, deswegen sehen die so schön aus, noch viel schöner aus und das will ich euch heute nicht zeigen jetzt schon die letzte runde doch doch ist durch ach stimmt es waren das vier und ja ja stimmt ich dachte okay dann haben wir schon geschafft ja das sind zehn Minuten, aber es waren acht. sehr gut das wäre jetzt raus. Aufnahme werde ich mal raus nehmen. Eine Runde machen. Kriegst du nicht genug? Ich war jetzt nicht.